Das ist ein Autoscooter, ob ich durchgeführt habe und du nur rausgeführt hast. Und, ähm... ...lo ist offenbar... ...webelweisen. Wir sind wohl so naiv, genau vor dir hin. Ja. Das ist so gut. Okay, das ist das hier. Obtet ein guter Ideas. Das ist so gut. Es ist eine Frage von der öffentliche Rettung, dass ich eine Verlust als Mutter bin. Einmal, als Callum war sehr klein war, habe ich ihn in der Auto, während ich eine Verlust hatte. Ich weiß gar nicht, was es war. Als ich zurückgekommen war, der Sheriff stand neben dem Auto, ...wenn ich mein Junge durch die Fenster. Ich mag nicht, was ich in seinen Augen gesehen habe. Verlust. Er schreibt mir die Ticket ohne zu sagen. Einfach nur die Schmerzen von seiner Schmerzen auf dem Notepad. Als er es zu mir gab, unsere Augen verletten. Ich weiß, was du gehst. Meine Frau, Helen, sie... ... einfach ein paar Hilfe. Hilfe war ein Schmerz. Hilfe war ein Tausend Volt, surging durch meine Beine. Hilfe war eine Schmerz. Ich würde lieber sterben. Ich wollte schreien. Ich würde lieber, dass du deine Schmerzen und mich schraubst. Aber insofern sagte meine Beine, ... ja, Sheriff. Aber insofern möchte sie sich offenbar ganz viel Fehlwürf. Von allem was geschieht aus. Sie denke ihre Jungen am Auto vergehen. Und ich muss zuhören, das tut dir gesagt richtig geil aus. Aber wo dran sitzen... ... ... ... ... ... ... Ja, ich mache ihn. Ich mache ihn. Ich mache ihn. Jaa, so, wir sind in einem Schock, wo Conny ist. Ich weiß nicht, ob der Deck gerade gesehen hat, du hast hier ein Deppes geblendet, anders schon hier ein Deppes gemeldet, das hat nur mir geblendet, keine Ahnung, egal. Oh, ich vergete, ob es zu lesen. Okay, direkt eine Pause, für die die Leserwolle können dann lesen. Ich meine doch, aber dafür muss ich nur bis bei den Fernsehen bestiponieren, weil sonst von hierher kann ich dann nicht lesen, gut. Moment. So, das ist noch ein Zeug. Und zwar, ähm, ob es von einem Schrauflager, äh, Laba war, oder irgendetwas nicht so ganz fest wie war, und wenn sie sich gekreizt, geint schwarze Magie. Ähm, ja, ich meine, wenn sie schwarze Magie-genzieher machen, ähm, ähm, ob da Insel du war, irgendetwas schon etwas. Ja, das kann ich mal gut feststellen. Ähm, bewegt die dir so Schnee, ne? So. Ich will nicht rum. Ich will nicht rum. Ich will nicht rum. Auch hier ist alles gut, Herr Haleckin. Ich will nicht rum. Ruhig. Ruhig. Okay, im Moment, ich schließe mir das hier kurz durch. So, da sind wir noch an... Ja, ihr könnt doch Pause drücken und das hier kurz durchlesen. Für die, die aber noch nicht so englisch bewundert sind, denen ist es auch nicht so, was hier steht. Also, Schieberflähen da hier kurz. Und zwar war ein gewisser Vielfalt hier am Park. Und zwar sind drei Leute bei der Achterbahn am Kommen, die entleust waren. 14 unaufhängige Vielfaltverbrüche oder Rippenprallungen oder so. Beim Oktatron, den wir so schnell gedrehen gelöst haben. Wem auch den Levenherd hergelegt und der immer so groß war. Und auch die Steuerung überholt wird. Oh, mein Handy. Den halte ich auch gern. Dann, äh, haben wir drei Selbstmorden, äh, 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 gehört. Und zwar, habe ich auf dem Rieserad von drei Leuten gestanden am Rippen. Sie sind von oben aufgesprungen. Ich konnte, was vom Lift verwandt werden. Und, äh, ich war ein Dose Kinder, die am House of Horror, also House of Horror, verschwunden sind. Vermisst gemeldet sind. Und dann, äh, du an dem Tunnel, wo wir waren, vom Hänsel und Gretel, ähm, du anscheinend ihn, also, das erklärt vielleicht, das Rippeln. Hm, hm, ja. Hört ihr auf dem Romante Kneppisch ausspielen? Wie, was ich meine eigentlich noch heiß, weil ich ein Teil so vorher... Schnee, Spaß. Ähm. Wir schalten das alle mal... Um raus. An der Vormengerunde. Ich meine, der geht durch. Den Levenherde wird er nur an der Steuerung her überholen. Ganz sympathisch in Herde. Mal, er ist doch vom Jura. Sehr romantisch. Ähm, riesig ist immer romantisch. Super viele Freunde. Sie haben ihre Freundin geägen. Sie haben ihre Freundin geägen. Wie oft ist das nur gelobiert? Und dass sie dann ihre Freundin nur an den Worm holt. Ich meine, das ist normal. Und, ähm, das ist hart. Leute kommen zu deinem Leben für einen Grund. Dad sagte das, bevor Mom rief. Nach dem, er nur nur trank. Dinge waren anders für Don und ich. Als wir uns treffen, ich war auf dem Boden in Susie's Diner. Er kam mit einigen Arbeitnehmern, aber er hat nicht versucht, oder zu spüren, wie die anderen. Er hat nur einen Kaffee und stand da, mir beobachten. Er hat mir geholfen, er hat mich geholfen. Ich weiß nicht, wie es das Kaffee beschreiben. Wir sprechen, rücheln, und in der Zeit, besuchen wir. Es fühlt sich wie Liebe. Es fühlt sich wie eine Fähre. Ich kann euch nicht sagen, ob Callum wurde das Nacht oder einer der anderen, die folgen. Aber ich glaube, es muss das Nacht sein sein sein. Das eine perfekt Nacht. Don und ich zusammengekommen, aber dann, äh, er stirbt. According to the Supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was three months pregnant with Callum. Fairytale fucking over. Für die Mädchen, also, die kennen doch ihre Freunde, die nur haben wollen. Das ist nicht verboten, den nächsten Schritt zu wollen. Ja, fahrt ihr, ist lustig. Ich hab mir eigentlich erwartet, ob wir mit der Leben herbegehen, aber anscheinend hier nicht. Hallo. 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 Wir wollen wir hier direkt bei ihr. Wen hast du mir hier? Ja, ihr wisst, was wir hier machen. Und zwar, ähm, verwärtszeit. Hallo, scheiß drauf. Verwärts mal nicht mal an mir. Hopp. Vollspeed. Da voll Türen, da geht einer rein, muss krachen und quietschen an allen Ecken. Ja, wir sind noch nicht am Maximum gekommen. Ja, noch nicht ganz. Okay, los ich mal am Maximum. Wir sind ja noch am Auerheim. Wir sind ja noch am Maximum. Ja, wir sind ja noch am Maximum. Wir sind ja noch am Maximum. Wir sind ja noch am Maximum. Okay. Oh, ein Gundal. Aber Du fehlen da. Aber du hast noch nicht glücklich gemerkt. Du fehlen Gundeln. Die leidt euch. Hey, Wallercoaster, Ficky. Hallo. Hast schon noch extra gesucht, wir sollen uns nicht so schnell Tränen lostern. Aber nee. Callum! Das ist kein Spiel, Callum! A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk? Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up nine months of your life carrying them. You traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping a piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice-supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything! It served the little fuck right if I just abandoned him. Hm. Mom from you are. Callum, where did you go? Callum, where did you go? Callum? Callum! I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Hm. Stay where you are! Stay where you are! I have to go back to the window. And that's... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Interessiert mich am meisten, vielleicht ob Mathias hier noch weiter geht, aber was sie be- Vielleicht wird Mathias aus, weil wir scheinen hier an ihre Erinnerung zu sehen. Und ich denke, irgendwann ist das ganz schlimme geschieht, dass wir an ihrer Psyche los sind. Und dass sie Probleme auch wird. Nehmen wir so eine kleine Info, ich denke, dass es das ist. Ich denke, hier ist ein Luschen. Und ich befertige das Schlimmste. Ich denke, hier ist das Schlimmste. Ich denke, das ist das Schlimmste. Was willst du? Wir müssen über Callum sprechen. Was hast du gemacht? Was hast du mit ihm getan? Ich? Das ist schrecklich. Du und dein Junge sind alles, was dieser Ort nicht will. Die Antithesis von dem, was wir stehen. Wo ist Callum? Das Schlimmste. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Er hat so hart versucht, was er taught. Er hat sogar einen Schraub von Kuchen gelegt. Aber der Park ist einfach so hungry. Sag mir, wo mein Junge ist. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Die Antithesis von Kuchen gelegt. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Ich bin einfach... Ich bin einfach... Ich bin einfach... Ich bin einfach... Unfuck Wutfuck Was war das dein Verband? Unfuck maßlers Unfuck maßlers Oh jee... Ich meine, wir sind nur auf Laudopnamgang. Oh jee... Wie gesagt, ist Anna nicht gut ist. Ja, wir wollen mal ein Lüt. Kann man die... Ja, die kann man aber nicht benutzen. Nein. Alles getest, wir können sie nicht benutzen. Nein. Callum hat brüßes in seinem Arm, Fingermarks. Niemand hat ihn verletzt. Ich habe ihn gefragt, wirklich gefragt, wo er die Marken hat. Aber er will mir nicht antworten. Er hat ihn gebrochen. Er kann nicht sprechen. Er hat auch verändert. Er ist auch verändert. Ein Ding, der schweig ist, in der Schmutz in seinem Augen. Ich sehe ihn auf mich auf die Worte. In der Nacht, er schreit und schreit und schreit auf die Worte, die ich nicht verstehen kann. Wenn ich ihn soeben, er knackt und knackt auf meine Finger. Ich glaube, er will mir mit mir sprechen. Ich glaube, er will mir sagen. Aber sie sehen ihn, jeden minuten jeden Tag. Sie schreiten ihn zu ihm, in seinem Schmutz, er verletzt ihn. Sie schreiten ihn von mir. Ich kann ihn schreiten. Es wird schrecklich. Aber ich liebe ihn, und im Endeffekt, er will er verstehen, warum. Das ist kein Spiel, Callum! 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 Callum, where are you? I'm not playing anymore, Callum! I can help you, Callum. I'm not playing anymore, Callum! I'm not playing anymore, Callum! 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 The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Cotton candy. Callum! Die können gleich kurz Pause drücken, das lesen. Aber für die, die nicht viel Pause drücken, die können, geht gleich weiter, schließen, das ist gleich kurz, und dann, seh ich den Berg an, das zählen. So, da seh ich auch im Dom. Und zwar, also, ein Leichtfunk ging, hat er im Zockerwatte stand, und war ein Conner Leicht, also Conner Köper, ohne Gliedmassen. ähm, hm. Anchele? Scheire, schratt? Ja, das entfiehlt sich. Callum, woher sind Sie? Komm zurück! Das ist kein Spiel, Callum! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du nicht gesund bist. Ich höre ganz heiter Schritt und du hast den Zuckerwattestand und den Blutspult, die dir hingeht. Ich weiß nur nicht, ob das schlau ist, wenn wir dir hingehen. Aber ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht. Ich hab mich nicht. Ach. Ich hab dich. Wer hat das zu ihm gemacht? Schon verloren war deinem Jumpcare geraschend. Okay, schon meinen Jumpcare kriegt. Geht mal hier an. Einmal wollen wir rufen? Einmal wollen wir rufen? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Fartereidil Say no to Graffiti Your mother Your mother Only that Fish Follow Not safe The leak I can taste your dreams Fuck Graffiti And how you can still not get clear then Destroy Reality Fear the boogeyman Stop picking Your nose Don't believe in it Are you better off Than you I can't I can't I can't I can't I can't Some kid Some kid What? What? It's like a drug trip Are we at the speed? Or 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 Gut, gut. Also, du leihwennett, ich hab meinen eigenen Jump kill... ...geraschend. Ah, da, das ist ein freundlicher Mann. Wat? Turn around. Ja, du hast... äh... ...e Bronca. Das ist immer sicher, dass der Tag der Lund nicht real ist. Das ist immer sicher, dass der Tag der Lund nicht real ist. Das ist immer sicher, dass der Tag der Lund nicht real ist. Er ist immer sicher, dass der Tag der Lund nicht real ist. Ich lese mal den Necklick durch. Und dann sehen wir uns weg. Ich hätte die Eliezerwelle, keine Pause drücken. Leider habe ich Jolo nicht so viel verstanden. Äh, es ist das, ob ich mein Karsten auskomme. Und so. Huh? Wie? Ich sag, Karsten. Na toll. Anspachende Spuren. Ich will kein Wissen, was beim Karsten aus der Karsten geht, oder? Und so. Entschuldigung, Kalún. Wie du deine Liebe läst dir, wird. Er rückt weg. Oh, es ist die Frage? Was ich mitbekommen? Das ist doch der lege Mann. Oh ja. Geh mal weiter, nehm? Das ist ein Brot. Ich habe es nicht gewonnen. Ich werde es nicht gewonnen. Ich werde es nicht gewonnen.